Hey Mann, willst du mit nachher was trinken gehen? Schwierig, Mann. Ich bin halt richtig beschäftigt. Was? Es ist 15.30 Uhr und du liegst im Bett. Ja, ein bisschen ausruhen von dem ganzen Erfolg. Was für Erfolg? Dein Bett ist ein Ausziehsofa im Wohnzimmer. Das ist Absicht. So bin ich näher im Homeoffice. Ich hab irgendwie das Gefühl, es läuft nicht so gut. Doch, es läuft echt richtig hart. Ey, warum hängen hier eigentlich so viele Kinderbilder von dir? Man muss seine Wurzeln kennen bei so viel Erfolg. Bist du dir sicher, dass das nicht einfach die Wohnung von deiner Mutter ist? 100% sicher. Ey, warum liest du das Orientierungskurs EDV Windows 98 Buch? Das Buch hat echt ziemliche Mama-Energie. Ey, komm, jetzt lass ihn doch. Lass uns mal zur Beruhigung ein bisschen Musik hören oder irgend sowas. Danke, Mann. Ähm, lieber Anastasia oder Robbie Williams? Ja, okay, hier wohnt zu 100% deine Mama. Bitte sag ihr nicht, dass ich hier bin. Es ist heimlich auch noch. Aber ist doch jetzt egal. Wollt ihr jetzt bei meiner Firma anfangen oder nicht? Ach, was soll's. Ich bin dabei. Ja, ich denke ich auch. Ich meine, ich teil mir mit meiner 90-jährigen Oma gerade ein Zimmer. Von daher, du bist immer noch weit vor mir. Von daher, du bist immer noch weit vor mir. Von daher, du bist immer noch weit vor mir. Von daher, du bist immer noch weit vor mir. Von daher, du bist immer noch weit vor mir. Von daher, du bist immer noch vor mir. Von daher, du bist immer noch vor mir. Vielen Dank.